Schönen guten Tag, in diesem Video vergleiche ich zwei Bachelor Fernstudiengänge in Data Science miteinander und zwar den Fernstudiengang Data Science an der Wilhelm Büchner Hochschule beziehungsweise Big Data und Data Science heißt der Studiengang und den Fernstudiengang Data Science an der IUBH. Ich arbeite selber seit sehr vielen Jahren schon, ja vor allem im Bereich Webentwicklung, kenne mich ganz gut aus in dem Bereich, deswegen will ich in dem Video jetzt auch euch erzählen, was ich so denke, wie sinnvoll es ist eigentlich einen so spezialisierten Studiengang wie Data Science zu machen und für wen sich jetzt beispielsweise Informatik, ja ob im Fernstudium oder im Präsenzstudium ein bisschen mehr eignet, dann schauen wir uns natürlich ja diese beiden Studiengänge in Hinsicht auf Studienmaterialien an, Kosten auch sehr wichtig und Präsenzveranstaltungen und so weiter. Mein Name ist Christian und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Vorab ein paar kleine Worte zum Thema Data Science und ja, wenn ihr jetzt so einen Abschluss macht oder in den nächsten ein, zwei Jahren machen werdet, dann werdet ihr auf jeden Fall einen guten Job finden, ja einen sehr gut bezahlten Job denke ich mal auch, denn ja, Daten, Wissenschaftler, beziehungsweise Leute, die sich halt mit Data Science und auch AI-Themen richtig gut auskennen, die sind momentan gefragt ohne Ende, sage ich mal, aber für mich ist halt die Frage so ein kleines bisschen, ob das in zehn Jahren auch noch so sein wird, ja, oder ob nicht in zehn Jahren eigentlich es ganz normal ist, dass wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten, mit Maschinen lernen, dass wir auch in der Lage sind, sehr, sehr hohe Daten, also in der Informatik sehr hohe Datenmengen zu bewältigen, zu speichern und so weiter und ob es da in zehn Jahren wirklich noch Spezialisten braucht oder ob das nicht einfach ein Standard in jeder Informatikausbildung ist und sein wird in zehn Jahren, dass man eben sowas lernt. Deswegen bin ich der Meinung, dass dieser Studiengang vor allem geeignet ist für Leute, die jetzt schon eine Weile in der Informatik arbeiten, in irgendeinem IT-Bereich, ja, sei es wie bei mir, der mehr im Frontend-Bereich arbeitet und sich dann vielleicht ein bisschen dieses Thema noch einarbeiten möchte und da auch sich, ja, zertifizieren lassen möchte oder auch wirklich professionell weiterbilden möchte oder in einem anderen Thema in der IT, vielleicht sogar als Geschäftsführer IT-Betriebswirt oder sowas. Für den oder diejenigen ist, glaube ich, dieser Studiengang, hier der Bachelor-Studiengang, sehr geeignet, ja, zieht aber auch viel Arbeit nach sich. So, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Master zu machen, dann macht ihr vielleicht einen Master und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sehr, sehr tief in dieses Thema einzusteigen und sich da eine Karriere für die nächsten fünf bis zehn Jahre aufzubauen. Wenn ihr jetzt aber direkt von der Uni kommt beispielsweise und noch gar kein Informatikfach studiert habt, dann ist besser, wenn ihr irgendein Informatikfach studiert, reine Informatik, beispielsweise wie an der Fernuni Hagen oder auch an der IUBH und auch an der WBH kann man das studieren oder so ein Fach wie Angewandte Informatik oder auch Computer Science, ja, je nachdem, wo eure Interessen liegen und in diesem Fach, ja, könnt ihr euch dann auch bei Interesse natürlich in das Thema Data Science weiter vertiefen und, ja, auch vielleicht eine Bachelorarbeit oder sowas dann zu diesem Thema schreiben. Aber ihr habt, wenn ihr jetzt noch kein Informatikstudium gemacht habt, doch erstmal einen generellen Überblick über die einzelnen wichtigen Teilgebiete der Informatik und seid nicht gleich so extremst spezialisiert in dieses Fach. So, so viel vorab. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal die beiden Hochschulen an. So, also ich würde sagen, wir fangen mal an hier mit der IUBH und die IUBH, ja, ist die, letztendlich momentan, die größte private Fernhochschule in Deutschland mit insgesamt über 30.000 immatrikulierten Studierenden. Ja, die meisten von denen sind im Fernstudium tatsächlich immatrikuliert, also das sind schon über 20.000 und, ja, ein geringerer Teil ist in einem der Präsenzstudiengänge immatrikuliert und berufsbegleitende Studiengänge in Form von Abendstudium. Da gibt es auch noch einige hier an der IUBH, aber die meisten sind, wie gesagt, in einen der Fernstudiengänge eingeschrieben. Und hier seht ihr so ein bisschen, ja, was das für ein umfangreiches Angebot auch an Studiengängen ist, ja. Das sind mittlerweile um die 80 Studiengänge, da ist, ja, da sind alle möglichen Themen dabei. Ein kleines bisschen wie, ja, wie an der Uni, also wie an der staatlichen Uni auch, nur dass es sich hier um eine Fachhochschule handelt. Und, ja, ganz besonders im Bereich Informatik hat man hier wirklich alle Themen abgedeckt. Unter anderem auch die Wirtschaftsinformatik, ja, auch einer der beliebteren Studiengänge hier Wirtschaftsinformatik, aber eben auch der Studiengang Data Science. So, die Wilhelm-Büchner-Hochschule, die ist ein bisschen kleiner als die IUBH. Mit knapp über 6.000 Studierenden, also im Wintersemester 2020 waren es ungefähr 6.100 Studierende, die hier eingeschrieben sind. Aber die Sache ist, dass hier an der WBH auch das Studienprogramm nicht so umfangreich ist, sondern diese Hochschule, ja, ist spezialisiert und fokussiert auf Studiengänge im Technikbereich. Also, ihr seht hier, kann man beispielsweise Maschinenbau studieren, Mechatronik, Robotik, ganz neu und Elektrotechnik und solche Studiengänge. Ja, die bietet diese Hochschule von Anfang an an, also seit sie es gibt. Ende oder um die 2000 ist die Hochschule gegründet worden und sehr, sehr viele Studiengänge. Ich glaube, das ist dann auch der Großteil der Studierenden an dieser Hochschule in Informatik, angewandte Informatik beispielsweise oder auch sehr spezialisierte Studiengänge hier wie App-Entwicklung oder eben Big Data und Data Science. Dann vielleicht noch ein paar Worte zu den Zulassungsvoraussetzungen bei beiden Studiengängen. Die sind jetzt nicht so unterschiedlich. Ihr braucht, ja, wer sich da einschreiben will, ein Abitur oder auch die fachgebundene Hochschulreife oder auch, ja, beispielsweise so ein Abschluss wie den staatlich geprüften Betriebswirt oder einen staatlich geprüften Techniker. Damit könnte auch zugelassen werden. Oder ihr habt eine Ausbildung abgeschlossen beispielsweise und nach eurer Ausbildung eine gewisse Zeit gearbeitet, zwei Jahre oder so. Und dann könnt ihr hier auch euch einschreiben an der Hochschule und müsst dann noch so diese Hochschulzugangsprüfung absolvieren. Aber weitere Voraussetzungen gibt es hier nicht. Also ist jetzt nicht zulassungsbeschränkt oder sowas. Ihr braucht hier letztendlich einfach nur eure allgemeine Hochschulreife oder einen vergleichbaren Abschluss. So, an der IUBH sieht das fast genauso aus, ja. Also ihr kommt hier auch mit einem Abitur rein oder ihr habt ein Fachabitur oder ihr habt eine fachgebundene Hochschulreife. Hier ist es so, wenn ihr eine fachgebundene Hochschulreife habt, dann sollte diese fachlich zum, also zu diesem Studiengang passen. Ansonsten macht ihr auch erstmal ein Probestudium und werdet dann aber nach eins oder zwei Semestern, glaube ich, ganz normal immatrikuliert, wenn das alles passt. Und das, was ihr dann im Probestudium an Leistung, ja, schon geschafft habt, das wird euch dann anerkannt. Also ihr habt da keinen Zeitverlust. Zusätzlich müsst ihr hier in diesem Studiengang aber eure Englischkenntnisse nachweisen, denn der Studiengang ist komplett auf Englisch. Habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Und ja, hier gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, seine Englischkenntnisse nachzuweisen. Ihr macht einen Töffel-Test, ja, oder auch hier so ein Duolingo-Englisch-Test. Ich denke mal, den kann man sogar online irgendwie machen oder erledigen. Ja, das heißt, ihr solltet irgendwie einen von diesen Nachweis haben oder machen, bevor ihr euch hier einschreibt. Denn ihr müsst wirklich auch fit in Englisch sein. Aber ich denke mal, wenn ihr euch ja für so einen IT-Studiengang interessiert, dann seid ihr das sowieso. Ja, da ist Englisch, ja, einfach eine Standardsprache eigentlich. Und letztlich auch viel Kommunikation, viel Dokumentation und so weiter, das findet alles in englischer Sprache statt. Aber es ist auf jeden Fall Voraussetzung hier, dass ihr, ja, eure Englischkenntnisse mit so einem Test hier nachweist. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Studiengebühren an. Und ich fange mal an hier mit der Wilhelm-Büchener-Hochschule. Also der Studiengang kostet insgesamt 13.248 Euro normalerweise. Warum das hier noch rot dasteht, gehe ich gleich noch mal kurz darauf ein. Aber dazu kommen noch Prüfungsgebühren, die ihr dann für die Abschlussprüfungen bezahlt. Ja, das sind noch mal 600, 700 Euro. So, da seid ihr dann insgesamt bei einer Gesamtstudiengebühr von knapp 14.000 Euro für diesen Studiengang. Und ja, hier studiert man an der Wilhelm-Büchener-Hochschule, studiert man Vollzeit. Also man hat zwar die Möglichkeit, ja, dann kostenfrei noch mal bis zu drei Semester zu verlängern und ja, auch so eine Art Teilzeitstudium dadurch. Aber normalerweise, ja, dauert das Studium hier sechs Semester Vollzeit. Und ihr bezahlt auch in diesen sechs Semestern sozusagen diese Studiengebühren monatlich hier in Höhe von 368 Euro. Dann gibt es ab und zu mal so Aktionen, Sonderaktionen, ja, da bekommt man die Studiengänge ermäßigt eigentlich immer wieder. Da sollte man ein bisschen drauf achten und sich nicht gleich sofort einschreiben. Ihr seht, da kann man dann hier wirklich nochmal 1.000, 2.000 Euro sparen für so einen Studiengang und ist dann hier bei 313 Euro. So, was jetzt hier nicht steht, ist, dass da letztendlich noch die Kosten noch ein bisschen steigen, weil man an der Wilhelm-Büchener-Hochschule ja auch einen Haufen Präsenzveranstaltungen hat. Man muss zu den Klausuren natürlich auch anreisen, ja, also der Sitz der Hochschule ist Darmstadt, also in Hessen. Je nachdem, wo man lebt, hat man dann noch Übernachtungskosten für die Klausurphasen und natürlich die Fahrtkosten, Verpflegung und so weiter. Also müsst ihr rechnen, da kommt dann doch schon noch eine ganze Menge an, ja, Kosten dazu über das gesamte Studium im Semester. Ja, lass es mal noch 500 bis 1.000 Euro sein pro Semester. Also das sollte man locker nochmal dazu rechnen für so ein Studium. Wie das Ganze bei der IUBH im Vergleich aussieht, schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. So, schauen wir uns die Studiengebühren hier an der IUBH mal an. Und ja, bei der IUBH muss man wissen, es gibt hier drei Zeitmodelle, das ist an der WBH nicht so. Also ihr könnt das Studium als normales Vollzeitstudium studieren oder ihr entscheidet euch für eines von diesen beiden Zeitmodellen. Ja, da dauert das Studium, wenn ihr Teilzeit 1 macht, was meiner Meinung oder meines Wissens nach, die Mehrzahl der Leute an der IUBH macht dieses Teilzeitmodell 1. Da dauert das Studium acht Semester insgesamt oder ihr macht wirklich ein richtiges Teilzeitstudium. Ja, das dauert hier dann insgesamt doppelt so lange wie das Vollzeitstudium. Und je nachdem, für welches Zeitmodell ihr euch entscheidet, ja, danach richten sich hier die Studiengebühren. Also ihr seht, normalerweise kostet das Studium hier im Vollzeitstudium knapp 13.000 Euro. Auf den ersten Blick ein bisschen günstiger als an der Wilhelm-Büchener-Hochschule. Aber da, wie gesagt, die meisten werden, vor allem wenn sie berufsbegleitend studieren, hier so ein Teilzeit 1-Studium machen. Und da seid ihr dann schon hier bei 15.000 Euro für das gesamte Studium. Ja, oder ihr macht wirklich richtig Hardcore-Teilzeit. Dann seid ihr wirklich bei tatsächlich 15.000, also ist da nochmal 500 Euro billiger oder günstiger. Ja, aber ihr seht schon, auch hier an der IOBH gibt es immer Aktionen, immer Sonderaktionen, eigentlich immer. Und dadurch könnt ihr, also wenn ihr da im richtigen Moment euch immatrikuliert, nochmal ordentlich an Studiengebühren sparen. Ja, also ihr kostet hier dann beispielsweise in diesem Teilzeitmodell, Teilzeit 1, 13.500 Euro. Ja, und da zahlt ihr dann monatlich eben 280 Euro. Und ich denke mal, wenn ihr berufstätig seid, sind diese 280 Euro eigentlich auf jeden Fall eine stemmbare Belastung. Ja, vor allem wenn ihr irgendwie in der IT-Branche tätig seid. Kommt natürlich aufs Bundesland drauf an, ja, in dem ihr arbeitet. Also ich lebe hier in Thüringen, hier werden auch IT-Leute nicht ganz so gut bezahlt wie, ja, angenommen ihr lebt in Hamburg oder sowas. Ja, da werdet ihr wahrscheinlich um einiges besser bezahlt. Da kann man sich so einen Studiengang hier sowieso locker leisten. So, an der IUBH gibt es jetzt nicht so stark, meines Erachtens, diese Nebenkosten, weil an der IUBH, das schauen wir uns auch gleich nochmal an, ja, weil es da keine Präsenzveranstaltungen gibt, ja. Und selbst wenn ihr keine Zeit für Präsenzklausuren habt, könnt ihr hier an der IUBH die Klausuren auch als Online-Klausur schreiben. Also direkt von zu Hause, ja, da fallen die Fahrtkosten und alles weg. Deswegen ist aus meiner Sicht das Studium hier an der IUBH dann doch noch ein Stückchen günstiger. Aber eigentlich, ja, so viel wird sich das auch nicht nehmen. Ich meine, okay, durch die, ja, durch die Anfahrten zu Präsenzzeiten und sowas, da kommt an der WBH noch schon ein bisschen was dazu. Ja, aber wer sich die 15.000 Euro knapp für so ein Studium leisten kann, der kann auch nochmal 2.000, 3.000 Euro, ja, mit drauflegen und hat dann eben noch diese Erlebnisse sozusagen für diese ganzen Präsenzsachen, die es an der Wilhelm-Büchenhochschule gibt. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwann mal Online-Klausuren einführen. Ich kann mir das vorstellen, dass das da auch in den nächsten 1, 2 Jahren kommt, weil da so viele Hochschulen momentan nachrücken, ja, die ACAD beispielsweise, ACAD University, bietet auch Online-Klausuren an. Und ich denke mal, da wird die WBH irgendwann auch noch nachziehen in nächster Zeit. Alter, schon 18 Minuten, ey. Viel zu lang, Junge. So, schauen wir uns mal die Inhalte an und ich fange mal an hier mit der IUBH und ja, ich hatte schon angeschnitten, ja, dass das gesamte Studium hier in englischer Sprache absolviert wird und angeboten wird. Also alle Skripte werden hier auf Englisch sein, ich denke mal auch die Video-Vorlesungen, also man arbeitet hier an der IUBH auch sehr viel mit Videos und solchen Formen und Aufgaben sozusagen auch über die Skripte. Das wird alles auf Englisch sein. Ich denke mal, wenn ihr eine Hausarbeit schreibt hier, dann wird das auch auf Englisch geschrieben, wobei ihr hier natürlich in so einem Studium auch sehr, sehr viele Klausuren schreiben müsst. Und das Besondere hier in diesem Studiengang, ich meine, so die ganzen Standardthemen könnt ihr euch dann mal in Ruhe durchschauen, ja, aber da nehmen sich beide Studiengänge nicht so viel. Man wird sich natürlich ausführlich mit Datenbanksystemen beispielsweise beschäftigen, aber auch mit Projektmanagement, also Projektmanagement ist auch hier oder ist hier in diesem Studium auf jeden Fall ein Thema, was ich auch sehr, sehr gut finde. Denn, ja, wenn ihr jetzt schon als Entwickler arbeitet, dann wisst ihr ja, agiles Projektmanagement ist das Thema eigentlich, ja, oder ein wichtiges Thema oder was über die letzten Jahre im IT-Bereich immer wichtiger geworden ist und eigentlich Standard, dass man hier agil arbeitet. Und ich finde es auch ganz gut, wenn man sich auch als Angestellter sozusagen auch mal damit auseinandersetzt, ja, wie funktioniert agiles Projektmanagement eigentlich, damit man auch in die Lage wird, versetzt ist, ja, auch selber mal ein Projekt zu leiten oder halt auch, ja, seine, ich sag mal, nervigen Projektmanager ein bisschen besser zu verstehen und mal ein bisschen besser zu verstehen, warum die immer so einen Druck machen hier und warum alle irgendwie so einen Druck machen bei diesem agilen Projektmanagement und was man machen kann, um da den Druck aus der ganzen Sache so ein bisschen rauszunehmen. So, was mir auch sehr gut gefällt hier an den Studieninhalten ist, dass man hier so ein Seminar zu ethischen Themen hat. Also Seminar heißt hier nicht Präsenzseminar an der IUBH, sondern das wird dann Online-Seminar sein. Aber finde ich sehr gut, dass man sich gerade in diesem Thema, in diesem Studiengang hier, Data Science, auch mit ethischen Themen auseinandersetzt. Ich glaube, das ist im AI-Studiengang, also es gibt ja noch einen Master in Artificial Intelligence an der IUBH. Ja, da setzt man sich, soweit ich weiß, auch mit ethischen Themen auseinander. Also das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das gibt es im Studiengang an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Meines Wissens nicht, ist jetzt natürlich auch kein, keine, ja, nicht wirklich ausschlaggebend für eine Entscheidung halt für oder gegen den Studiengang. Finde es aber gut, dass das hier von der Hochschule noch mit angeboten wird. So, und dann hat man hier eine ganze Reihe an Spezialisierungsmöglichkeiten an der IUBH. Ja, die IUBH hat sowieso ein sehr ausgetüfteltes Spezialisierungsprogramm. Gibt hier zwei Arten von Vertiefungen in dem Studium. Also einmal die fachwissenschaftlichen Spezialisierungen und einmal die Funktions- und Branchenspezialisierung. Und fachwissenschaftlich ist dann wirklich richtig, ja, womit man, ja, ist dann die Spezialisierung wahrscheinlich, in der man dann, die man dann auch voll und ganz in seiner Arbeit mit einbringt in seinem Job. Also hat man hier diese drei Möglichkeiten. Momentan Data Engineer, ja, Analyst oder AI Specialist. Das kann man hier, es gibt wie gesagt auch noch einen Masterstudiengang. Hier an der IUBH in AI könnte man dann, dann noch mit aufsetzen sozusagen, wenn man, ja, diesen Studiengang hier absolviert hat. Und dann gibt es noch die sogenannten Funktions- und Branchenspezialisierungen. Da kann man dann auch mal so ein bisschen aus, ja, rausgehen aus dem Thema Data Science und teilweise natürlich vertiefen. Seht ihr hier schon Automatisierung und Robotics oder sowas. Aber ihr könnt euch auch noch in irgendeine Fremdsprache vertiefen oder auch hier in Marketing einfach. Ja, da kommt es dann natürlich auch darauf an, in was für eine Firma arbeitet ihr und, ja, in welches Thema wollt ihr euch dann noch vertiefen, weiter vertiefen im Laufe des Studiums. Und hier sucht ihr euch zwei Themen aus. So, schauen wir uns die Studieninhalte hier an der Wilhelm-Büchener-Hochschule mal an. Also hier auch natürlich Grundlagen der Informatik, mathematische Grundlagen, ja, so ein Bachelorstudiengang gibt halt immer auch eine allgemeine Übersicht über so eine Themen. Dann habt ihr hier natürlich auch das Thema Projektmanagement und wissenschaftliches Arbeiten, auch mit sechs Leistungspunkten. Also Projektmanagement ist sowieso Standard auch in so einem IT-Studiengang. Und hier wird, ja, an der Wilhelm-Büchener-Hochschule das Studium noch ein bisschen wie bei so einem Diplom-Studiengang früher in Grundlagenstudium und Kern- und Vertiefungsstudium aufgeteilt. Und im Kern- und Vertiefungsstudium habt ihr dann auch die Möglichkeit, eure Wahlpflichtmodule zu wählen, ja, und das sieht dann hier an der Wilhelm-Büchener-Hochschule so aus. Also ihr wählt dann hier auch zwei Vertiefungsmodule und habt dann hier wieder eine ganze Menge Möglichkeiten, euch in ein Thema, auch in vielleicht fachfremdes Thema hier, so wie Social Media zu vertiefen. Oder ihr geht noch weiter in die Mathematik rein und wählt dann hier so ein Modul wie weiterführende Programmierung oder macht sogar einfach ein Sprachmodul oder irgend sowas zusätzlich. So, vielleicht noch ein paar Worte zu den Präsenzveranstaltungen. An der IUBH gibt es gar keine Präsenzveranstaltungen. Die Hochschule wirbt ja auch mit einer sehr, sehr hohen Flexibilität und diese Präsenzveranstaltungen sind manchmal ein bisschen Stress, gerade wenn man schon berufstätig ist. Ja, man hat die Anreise häufig, je nachdem, wo das stattfindet und so weiter. Deswegen werden gelegentlich Veranstaltungen hier an der IUBH in Form von Online-Seminaren angeboten. Man hat aber auch sehr viele Live-Tutorien, wo man sich dann mit seinen Tutoren so austauschen kann. Ja, aber selbst da muss man nicht immer daran teilnehmen, sondern das ist dann meistens auch fakultativ. An der Wilhelm-Büchner-Hochschule wiederum hat man einen sehr oder höheren Präsenzanteil, einmal schon durch die Klausuren und die Klausurphasen. Also die Hochschule gibt hier an, dass man schon pro Semester eine Woche lang für die Klausurphasen einrechnen soll, also mit Anreise, Übernachtung und so weiter an der Hochschule. Und man hat dann auch noch Seminartage. Das dürften im gesamten Studium ungefähr so eine Woche noch an zusätzlichen Seminaren sein. Dann hat man hier auch das ein oder andere Online-Seminar bzw. Webinar. Und was aber hier noch dazu kommt an der Wilhelm-Büchner-Hochschule ist, dass man eine sogenannte berufspraktische Phase absolvieren muss. Das ist eigentlich kein Problem für all diejenigen, die jetzt schon arbeiten, die im IT-Bereich schon tätig sind. Die können dann auch ihre Berufstätigkeit mit anrechnen. Aber wer jetzt noch nicht arbeitet, vielleicht frisch von der Schule kommt, der wird dann noch ein Praktikum in dieser Zeit machen, ein längeres Praktikum. Und hat dann aber auch die Möglichkeit, hier sozusagen gleich in den IT-Beruf nochmal reinzuschnuppern und die ersten Praxiserfahrungen zu sammeln. So, kleines Fazit zu beiden Studiengängen. Die IUBH hat den großen Vorteil, dass der Studiengang englischsprachig ist. Meiner Meinung nach eine Standardsprache einfach für Entwickler, was die Dokumentation angeht. Den Austausch, die Kommunikation mit anderen Entwicklern auf der ganzen Welt. Man arbeitet als Entwickler häufig auch, je nachdem natürlich, in was für einem Unternehmen man arbeitet. Aber in vielen Unternehmen ist es so, dass man einfach ganz normal ist, dass man auch ein internationales Team hat und sich da austauscht. Gerade deswegen muss halt auch die Dokumentation im IT-Bereich in englischer Sprache erfolgen. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung, wenn man auf Englisch studiert. Und genau das kann man hier an der IUBH machen. Ansonsten ist die IUBH natürlich eine sehr, sehr flexible Hochschule. Es gibt eine sehr breite Palette an Studienmaterialien. Also man lernt nicht nur mit den Skripten, sondern auch mit Videos, mit Tutorien und so weiter. Es gibt Übungsaufgaben dann auch immer schon direkt in den Skripten. Also wen das interessiert, wie das aussieht an der IUBH. Ich habe auch mal ein eigenes Video dazu gemacht, wie der Online Campus aussieht. Und schaut euch das einfach mal an. Ich packe den Link zu diesem Video mit in die Beschreibung hier unter das Video. So, an der Wilhelm-Büchener-Hochschule hat man den Vorteil, der für manche aber auch ein Nachteil ist, dass da mehr Präsenzanteile sind, dass man auch die Klausuren hat. Also es ist ein kleines bisschen erlebnisorientierter. Es gibt halt einen höheren Offline-Anteil. Man hat hier auch die berufspraktische Phase, die für manche vielleicht auch ein Nachteil sein könnte. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde solche Möglichkeiten definitiv nutzen, ja, vor allem auch die Präsenzseminare. Aber man hat natürlich auch noch die Klausuren, wo man anreisen muss. Die sind auch vielleicht für manche ein kleiner Nachteil. Ja, man muss sich dann halt mal Urlaub nehmen und sowas. Aber wenn das kein Problem ist und wenn man das konsequent auch von Anfang an sein Studium mit einplant, ja, diese Zeiten dafür und der Aufwand, der auch dafür entsteht, dann sollte das hier auch überhaupt kein Problem sein. Ja, was noch für die Wilhelm-Büchener-Hochschule spricht, ist natürlich die Spezialisierung. Also die Spezialisierung auf diese Technikbereiche, ja, die Hochschule bietet seit Jahr und Tag eigentlich Studiengänge im IT-Bereich an. Da sind alle Lehrkräfte darauf eingestellt, da ist auch die Verwaltung und so weiter darauf eingestellt, ja, auf ein vielleicht ein bisschen nördigeres Publikum. Also es ist doch schon noch mehr eine fachspezialisierte Schule, meiner Meinung nach, oder Fernhochschule als die IUBH. Ja, ansonsten kleiner Nachteil vielleicht noch ist, dass es kein richtiges Teilzeitstudium gibt. Also wer vorhat jetzt so zwölf Semester lang diesen Bachelor zu studieren neben dem Beruf und da, ja, ein Auflocker sozusagen zu machen, der wird da an der Wilhelm-Büchener-Hochschule nicht glücklich. Also man sollte das Studium dann doch schon in acht Semestern abgeschlossen haben. Ich denke mal, man kann dann auch zusätzlich nochmal weiter verlängern, ja, nach acht Semestern, muss dann aber sicherlich nochmal neu oder mehr bezahlen halt, um dann noch ein, zwei, drei Semester zusätzliche Betreuungszeit in Anspruch zu nehmen. Also für die, die wirklich keine Zeit haben neben dem Beruf, ist das jetzt nicht die ideale Hochschule. Die sollten dann doch vielleicht eher an die IUBH gehen. So, ich hoffe mal, das war interessant für euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr die in die Kommentare. Es gibt auch einen ausführlichen Artikel zu diesem Video, der Link, den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Da steht alles das nochmal und noch ein bisschen mehr, was man auch so für Möglichkeiten hat, Data Science berufsbegleitend zu studieren. Mein Name ist Christian, ich bin erstmal raus und wünsche euch einen schönen Tag und einen guten Start in euer Studium, wofür auch immer ihr euch entscheidet. Wir sehen uns beim nächsten Mal.